Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom PQA Vlog. Ich bin's euer Patrick und nachdem die ganze Woche unter dem Thema der österreichischen Nationalmeisterschaften waren, dachte ich mir, ich mache auch einen Vlog als kleinen Turnierbericht über meine Nuts 2018. Grundsätzlich, was ich gespielt habe, ist jetzt keine große Überraschung, denke ich einmal, weil ich war ja von Anfang an eigentlich sehr von Tiferi begeistert und von UW-Kontrolle begeistert. Ich habe das dann auch gespielt, aber in einer anderen Liste, das man vielleicht glauben würde, weil ich habe ja einen Deckcheck gemacht über UW-Kontrolle, das war noch mit Tiferi und die Liste, die ich dann gespielt habe, war ohne Tiferi. Ich werde euch das jetzt einblenden und euch ein bisschen darüber reden, nur damit ihr mal die Liste gesehen habt, weil sie sich doch ein bisschen unterscheidet von der Deckcheckliste, aber ja, nur ganz kurz. Warum kein Tiferi? Die Idee kam eigentlich von Gerald Leitzinger, mit dem ich am meisten eigentlich gebrainstormt habe über das Ganze, weil wenn man Tiferi spielt, er ist natürlich super stark und ich bin auch immer ein großer Fan von ihm, aber er nimmt halt drei bis vier Slots ein, die man halt auch irgendwo hernehmen muss. Und er ist dann das einzige permanent, was man hat, mit dem der Gegner interagieren kann. Das heißt, du musst entweder, sagst du, du scheißt auf ihn, Entschuldigung, das heißt, du spielst ihn aus für fünf Mana, ziehst eine Karte, den Tabs zwei hast praktisch für drei Mana gecycled und wenn er stirbt, dann stirbt er halt und wenn er nicht stirbt, ist gut und ich kann es die nächste Runde wieder machen. Oder du kämpfst um ihn. Das ist meistens der bessere Plan, weil er halt doch, wenn er liegen bleibt, schon das Game übernehmen kann, aber dann frisst er halt einiges an Ressourcen. Wenn man sich diese vier Slots erspart, kann man mehr Removal spielen, kann man mehr Counter spielen, kann man mehr Kartra spielen und muss sich auch nicht austappen. Ich bin sehr im Instant-Bereich geblieben, ich bin einfach ein Approach-Tech geworden, halt mit drei Approach der Second Sun, das ist das einzige, für was ich mich austappen muss. Turn 7 kann sich dafür austappen und es ist wurscht im Normalfall, weil wenn er es countert das und wenn er es resolft, dann resolft es. Das macht keinen Unterschied. Und dann Turn 10, 11, 12, wie auch immer, spielst du das zweite E mit Counter-Backup. Ja, die Liste CCE. Wer sieht, einen Swamp im Sideboard und drei schwarze Karten im Sideboard, drei Chromium. Ich bin auch auf 26 Länder runtergegangen, dafür halt eine Wolving Wilds und vier Fields of Thru in dem Main Deck, damit ich eben diesen Swamp auch dann in den Games finden kann. Der Plan war einfach, das gegen Kontrolle zu bringen oder auch gegen Midrange-Decks, gegen Grixis Midrange-Decks, die auch sehr relativ kontrolllastig nach dem Boarden werden, weil wenn der Weisig-Spieler approacht, dann kann er das relativ kontrolliert abschalten. Für sieben Mana sich austappen ist auch ein bisschen problematisch, aber für sieben Mana dem Chromium reinflaschen, wenn er wahrscheinlich kein Removal oder sehr wenig Removal hat, ist schon ziemlich gut. Vor allem die Grixis-Decks können dann gerade mal nur noch Doomfall haben. Das Doomfall werden sie im Normalfall vorher auf der Hand gespielt haben. Wenn sie da den Chromium gesehen haben, dann ist blöd. Wenn sie ihn nicht gesehen haben und du hast ihn nachgezogen, ist super gut. Und ja, du kannst ihn dann normalerweise mit ein, zwei Counter-Spells beschützen bzw. einfach mit deinen Handkarten und ihn nach Hause reiten. Das war der Plan zumindest. Sechs Mass-Removal, vier Settel, zwei Fumigate, einfach um hier safe gegen die Kreaturen-Decks zu sein. Auch Settel über Fumigate, weil es Instance-Speed ist. Man will halt Instance-Speed sein, einfach sekt der Worldly, Main-Deck eben gegen die Artefakte und einfach was zum Cyclen. Und halt jetzt vier Seal-Away und nicht den 3-1-Split mit Giddens' Reproach, weil halt die mono-grünen Decks so aufgekommen sind noch vor den Nationals und ja, vier Schaden schießen auf einen Galter ist ein bisschen witzlos. In Einfangen ist er schon besser. Ja, auch vier Cast-Out, weil halt einfach eins der Best-Removal und zur Not kann man es auch Cyclen. Ich cycle es fast nie, aber ja, außer ist es halt wirklich nötig. Gut, wie ist mein Turnier verlaufen? Runde 1 habe ich gespielt gegen einen René Patek, der hat Rot-Schwarz-Agro gespielt. Das lief eigentlich wie geplant. Ich habe zweimal mit Approach gewonnen, einmal war ich auf 9 Leben zum Schluss, einmal war ich auf 14 Leben zum Schluss. Also, bevor das zweite Red Approach resolved ist, ja, war jetzt nicht wirklich problematisch, weil das Deck ist halt nicht schnell genug, also mono-rot, das mono-rote Kelt-Deck kann schneller sein, das kann mich wirklich pressuren, aber das rot-schwarze Deck ist eigentlich zu langsam, um wirklich was zu machen. Zweite Runde gegen Jörg im Dunkel mit einem UB-Midrange-Deck. Das war eher ein interessantes Matchup, das spielt sich ein bisschen wie Krixis, das hatte ich nicht getestet in Wirklichkeit, das Matchup, aber ja, im ersten Game habe ich halt Approach gespielt, da konnte er nicht wirklich was machen. Pressure hat er zu wenig aufgebaut. Die Sache ist halt die, er hat wenig Counterspells im Main-Deck, bis gar keine, er hat halt das Supreme Wheel, das habe ich beim zweiten Mal einfach dreimal am Armee offen gehabt und dann schauen wir mal, er hat es dann auch gecastet, ich habe es dann gezahlt, dann ist es halt resolved und sonst spielt er sich halt eben, er hat halt viel Removal, das ist halt alles tot, Braskers Contempts ist tot, aber die will er sich sogar auf der Hand behalten, weil er weiß ja nicht, dass ich die Ferry losspiele, das heißt, er muss sich eigentlich das im Game 1 auf jeden Fall auf der Hand halten und ich nehme zwei vielleicht sogar, ähm, Game 2 war dann auch so, da habe ich, gegen diese Decks borde ich auch immer den, einen Remorseful Cleric, weil sie halt, ähm, Liliana teilweise spielen, weil sie halt den, äh, Scarab God spielen und Trencher Gearhulk, das heißt, da ist, ähm, der Remorseful Cleric einfach gut, dann habe ich Turn 4, glaube ich, gelegt und habe angefangen anzugreifen, weil er hatte auch nicht mehr viel Removal, der frisst dann ein Braskers Contempt, das ist okay, weil den Opferchen Response, das keine zwei Leben bekommt und gerade den Premium Removal verbraucht, das zwar eh nicht viel macht, aber im Zeitput-Plan habe ich ja dann doch Chromium und wenn ich da eine Handkarte weniger opfern muss, für den ist es halt auch super, ja, dann einfach, ähm, Chromium reingeslammt und mit drei Angriffen gewonnen, also das war eher, äh, problemlos, sage ich jetzt einmal. Dann Runde 3 habe ich gespielt gegen UB-Artefakte von Manuel Strobl, ähm, ja, das war ein bisschen ein bitteres Geben, also einerseits habe ich das im Vorfeld nicht wirklich getestet gehabt, andererseits hat er natürlich schon lauter lästige Karten, er hat Kahn, er hat Tesserit, er hat den Sai, er hat diesen Improvise, äh, Dämon, den 5-5er, der immer im Endstep mir eine Handkarte abwerfen lasst, er hat auch gesagt, er hat das dritte Mal in Folge gegen Kontrolle gespielt und, ähm, ist, hat jedes Spiel 2-0 gewonnen, so hat auch mein Spiel leider gewonnen mit 2-0, ähm, ja, es ist, ich habe im ersten Spiel einen Spielfehler gemacht, da habe ich, ja, das versäckte Worldly nicht gecastet auf einen Token, wo es gemacht hätte gehört, in Wirklichkeit, weil ich halt nicht genau gewusst habe, dass noch alles kommen kann und ob das Versägt nicht ein besseres Target findet, das hat mir im Endeffekt, glaube ich, gegen 1 gekostet, aber ich weiß auch nicht, weil gegen Tesserit und Kahn sich durchkämpfen ist halt echt problematisch und, ja, ich habe mir nur gedacht, äh, blöd, dass, dass die Pairings so ausgefallen sind, weil wenn er gegen Agro spielt, dann ist er, glaube ich, verstorben und in der vierten Runde, das weiß ich sogar, hat er dann gegen, äh, ein aggressives Deck gespielt und hat auch verloren, weil ich glaube, gegen ein aggressives Deck kann das Deck fast nicht gewinnen, aber Kontrolle ist halt ein sehr gutes Matchup. Ähm, Runde 4 habe ich dann gegen, äh, Dominic Bankhammer gespielt, mit Kriegsis Midrange, Entschuldigung, äh, 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 das hat sich im Endeffekt so abgespielt, wie gegen das UB-Control Deck, erstes Game mit Approach gewonnen, zweites Game mit, ähm, Chromium gewonnen, ja, ganz viel geplant eigentlich, äh, Chromium ist da so eine Ansage, die erwarten nicht, dass er kommt, und wenn er kommt, dann ist einfach, ja, Schicht im Schacht, du greifst halt dreimal an und es passt, ähm, war auch genau so, in dem Fall habe ich ihn sogar, genau, ich habe ihn davor auch wieder mit dem Remorseful Cleric angegriffen, da hat er schon mal auf 16 angefangen, und, ähm, dann habe ich ihn halt runtergearbeitet auf 9, dann hat er sich sogar selber Damage gemacht mit, äh, äh, na, da hat er sich ja vor Damage gemacht mit dem Argos Bloodfeast, dann habe ich ihn auf 9 kaut, dann auf 8, äh, dann ist er auf 8 gegangen, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, dass er auf 8 geht, Chromium war ihnen egal, dann war er auf 1 und dann war er tot, also, ja, das ist halt eigentlich ein gutes Matchup, ähm, das einzige Matchup, vor dem ich mich im Vorfeld eigentlich gefürchtet habe, wirklich, war das, äh, Monoblaue Storm Deck, ohne ein bisschen halt das Improvise Deck, zwei Decks, wo ich halt, ähm, ja, schlecht interagieren kann, beziehungsweise gar nicht interagieren kann, alle anderen Matchups finde ich ganz okay, wie gesagt, das Monorote Kelt Deck kann halt schon einfach viel schneller sein, ähm, ansonsten, ja, die normalen Agro Decks sind halt mit 6 Mars Remover Main Deck und 8 Spot Remover nicht so das Problem, ja. In der, äh, fünften und letzten Runde habe ich, da habe ich meinen Nachnamen leider nicht aufgeschrieben, Sebastian, der hat, äh, Mono Black Kontrolle gespielt, sag ich jetzt mal, oder Mono Black Midrange, äh, das erste Game habe ich ganz schnell und einfach mit Approach gewonnen, und da habe ich, ähm, gesehen, dass er sich mit diesen, äh, 4 Mana Spells, 5 Mana Spells, wo man sich eine Karte aus Main Deck oder Sidebar draus suchen kann, sogar das gesucht hat, mit dem er, äh, meine, äh, eine Karte aus meinem Deck rausnehmen kann, also diese 3 Mana Granite Extraction, ähm, hat er, ähm, nicht rechtzeitig gecastet, weil ich halt dann eben, ähm, ähm, Kato hatte, um halt schnell zu meinem Approach zu kommen, und dann bin ich so blöd und, äh, ich gehe im zweiten Game, lasse die Approach drehen und gebe nur die Lyra rein und nicht den Chromium, was da in meinem Kopf losgegangen ist, weiß ich nicht, im Endeffekt war das Game 2 ja dann ewig lang, und, äh, ich habe es dann konzidiert, weil ich nur noch 4 Karten in der Library hatte, und er halt noch so 14 oder 10 oder so, auf jeden Fall wäre ich halt vor einem Deck tot gegangen, äh, äh, er hat sich dann im Endeffekt durch meine dritte Lyra gerade durchgekämpft gehabt, mit dem, äh, Infra Deadlines und anderen Wüsten, die er einfach halt so eine 1-1 gemacht hat, und ja, mit der 1-1 gewinne ich halt auch keine, keine Rosenstuhl, ähm, und dann im dritten Game, äh, warten halt nur noch 10 Minuten oder so auf der Glock, und dann ist es halt ein Traum geworden. Das war ziemlich ärgerlich, weil ich glaube, wenn ich das zweite Game halt nicht verborde, sozusagen, äh, gewinne ich das, weil ich habe natürlich das, äh, die Extraction gefressen im Game 2, einerseits hat er halt mir alle Approach rausgenommen, andererseits hat er gesehen, dass Lyra mein Gameplan ist, mein zweiter, und hat natürlich sich jetzt dementsprechend Removal auf der Hand gehalten, was halt bei der Lyra-Show wesentlich schlechter ist als beim Chromium, wenn ich den gehabt hätte, da hätte ich den Fight vielleicht einfach gewonnen, weil, da kann er sich das Ifnir Deadlands in die Haare schmieren, und, ähm, ja, aber so halt dann ein Draw, das heißt, ich war dann 3-1-1, äh, was geheißen hat, mein Draft muss eigentlich 3-0s gehen für die Top 8, ja, der Plan war, ich war auf Table 4 beim Draft, der Plan war eigentlich von mir, äh, rot-weiß Agro zu gehen, oder rot-schwarz, ähm, äh, Sacrifice-Thema, wenn das beides nicht geht, dann halt, äh, ein grünes Fetty-Deck mit, äh, Weinmar im Vorzug, und halt ein paar, äh, äh, Enchantments, weil das halt, finde ich, die, die stärksten, simpelsten Decks sind, sozusagen, und ich habe ja nicht so viel getraft, und ich bin noch nicht so der Limited-Typ, ich hatte, glaube ich, 4 Drafts, im Vorfeld, haben wir ein paar Drafts angesehen, und, ähm, äh, ja, halt drüber philosophiert, mehr oder minder, ähm, hab dann, ähm, äh, äh, First Pick, äh, den schwarzen 5-Mann-Removal gegeben habt, Second Pick, irgendeine rote Karte, und, äh, dann war der Draft all over the place, also, ich habe dann weiß gehabt, und rot gehabt, und hab dann, äh, ein bisschen, hab dann eine grüne Karte aufgenommen, weil, es waren keine deutlichen Signale, ich wollte eigentlich schon ein bisschen surfen, also, halt einfach, das nehmen, was offen ist, dann habe ich gemerkt, dass blau offen ist, hatte aber keine einzige blaue Karte, das habe ich so beim achten Pick gemerkt, nachdem mein erster Booster, äh, äh, getabelt ist, und halt noch immer oben im Speaker drin war, und ich hab mir gedacht, okay, das kann eigentlich nicht sein, hab dann halt blau angefangen zu nehmen, und, äh, bin dann im Endeffekt zu diesem Deck gekommen, das blende ich jetzt kurz ein, so, genau, ein blau-weißes Deck, was krass ist, wenn man bedenkt, ich hab halt mit rot-schwarz angefangen, ähm, ich hab eigentlich gesagt, dass der Draft ein bisschen ein Trainwreck, ähm, was nicht ganz stimmt, das Deck ist nicht furchtbar schlecht, aber es hat halt ein bisschen wenig Synergien, es ist, also ein, ich, also ich hab dann halt zwei von denen aufgeglaubt, für die du halt Artefakte brauchst, da hab ich relativ aggressiv dann diesen Pionier gepickt, einfach weil er ein Artefakt ist, dann die Funden genommen, weil er halt auch ein Artefakt ist, dann die Axt, ja, hab dann eben, ähm, sogar den Field Creeper zum Schluss, damit ich halt vier Artefakte hab, die den aktivieren, auch für den, äh, Skilled Animator, der halt, äh, ein Artefakt braucht, damit er was Gutes macht, äh, das Deck an und für sich ist eigentlich gar nicht so schlecht, es ist halt so ein Value Deck, ich ziehe einfach mehr Karten aus der Gegner hoffentlich, und kann dann halt mit den Fliegern, oder mit unblockbarem Deckhand gewinnen, so war der Plan, ja, äh, ich muss gestehen, im ersten Bild hatte ich noch diese drei Karten drinnen, Leonid Vanguard, Eta Tandl, und ein Inselmeer statt eine Plains, ähm, hatte dafür zum Beispiel Sift nicht, ähm, das hab ich dann den Geralt gezeigt, der natürlich, nicht, nicht viel mehr macht als Limited Spielen, kann man fast sagen, also der ist halt da wirklich ein Profi-Intergment, dass es ein Blade sind, die drei Karten bringen für den Gameplan X, Sift ist super gut, und so, ähm, ähm, das war dann halt, ähm, schon viel besser, ich hab dann das erste Spiel gegen Daniel Starkreld, der blau-grün getraftet hat, auch gewonnen, ähm, ersten Game einfach, ja, irgendwie ausgegrindet, dann mit Flieger, im zweiten Game halt einen Raph gespielt, der ihn halt enorm zurückgesetzt hat, das war okay, dann das zweite Partie hab ich gespielt gegen, äh, Markus Börck, äh, der hat gehabt, dieses rot-schwarze, äh, also nicht Discard, sondern Opferthema ein bisschen, was relativ witziger, weil ich hab ja, mein erster Pick war rot, mein zweiter Pick war schwarz, mein zweiter Pick war rot, und er ist halt neben mir gesessen, also nach mir, aber, ähm, ich hab dann halt im, darum hab ich im zweiten Booster halt auch nichts davon bekommen, und hab dann auch im dritten Booster relativ viel gepasst, weil ich dann halt auf weiß-blau auf einmal war, ähm, ja, da hab ich das erste Game verloren, einfach gegen, äh, die, rot-schwarze, äh, ankommen, und halt gegen seine restlichen Synergiekarten, und im zweiten, im dritten Game, hab ich dann einfach geworden, dann ja im zweiten Game, glaub ich, auch mit Raph, und im dritten Game mit, ähm, dem Fountain, mit dem ich, glaub ich, also, ich hab da geschrieben, und dann da, neben die Spalte weitergeschrieben, weil ich halt ständig, ein Leben gekriegt hab, ein Leben gekriegt hab, ein Leben gekriegt hab, und halt irgendwelche Blocker hingelegt hab, mit dem, äh, mit der Cavalerie da, ja, einfach 2-2-2er gelegt, die Vigilance haben, da blocken halt zusammen gegen eine von seinen Kreaturen, und töten die, und bleibt halt nur einer, noch immer über, das ist halt lästig, ja, und dann halt, auch mit Flieger und so ausgegrindet, dann bin ich, ähm, 5-1-1 gestanden, das heißt, äh, ich war Platz 11, und, ähm, mein Traftfinale, und wir haben uns ausgerechnet, in die, Top 8 kommen vom ersten Tisch, 4-5, vom zweiten Tisch der Sieger, vom dritten Tisch der Sieger, und vom vierten Tisch der Sieger, ähm, insofern war halt der Plan zu gewinnen, wenn ich gewinne, wäre ich Top 8 sozusagen, spiele dann gegen einen Dominik Niedereder, ähm, wer eben unsere ganzen Videos gesehen hat, weiß, dass er Top 8 war, sein Deck war ein schwarz-weißes Live-Gain-Deck, das insane war, also der hatte halt wirklich alles, dann hat man halt gemerkt, dass, ähm, ja, der einen Plan hatte, der hat auch viele Trafts schon gehabt, und, ähm, ja, im ersten Game, äh, hat er dann schon gehabt, zweimal diesen Typen, der immer wenn er ein Leben, äh, kriegt, verliere ich eins, plus halt den 0-3er, den er tappen kann, um halt eins zu saugen, eins zu kriegen, ja, dann verliere ich halt einmal drei, und er kriegt eins, hm, geschmackvoll, der hat nicht mal angreifen müssen, um zu gewinnen, und das Problem ist halt auch, dadurch, dass er halt viel Live-Gain hatte, hat es halt auch gar nicht gebracht, dass ich halt mit dem Deckhand ein bisschen angreife, oder, also mit Deckhand ein bisschen angreife, oder halt mit den, äh, Ingenieurs, weil, ähm, ja, die sind halt, ja, da mache ich ihm halt mal zwei Schaden, vier Schaden, whatever, er kriegt halt, er greift halt an mit seinem 1-3er, den ich halt auch habe, mit dem Daybreak-Captain, ja, ich block halt mit meinem 2-2-2ern, er gibt ihm halt, keine Ahnung, plus irgendwas, plus irgendwas, ja, ich glaube, eh nur plus 2, plus 2 ein fliegend, kriegt sechs Leben, er kriegt drei Leben, kill einen von mir, und ich kann schon wieder zwei Angriffe mit Deckhand praktisch mir in die Haare schmieren, ja, also, das war echt Schirch, im zweiten Game, war es mir im Endeffekt ähnlich, da habe ich dann den Raph zu angebracht, für ein bisschen Value, aber dann, ähm, und mein Plan war dann halt nach Raph, äh, den Creeper zu legen, und ihn halt mit Skill-Animator zu, zu pushen, um ihn halt dann schnell zu killen, äh, er hat eine Handkarte gehabt, und ein Land offen, und was hat er, er hat das, äh, er gibt eine Kreatur, minus 1, minus 1, und für, also er kriegt ein Leben, und gibt eine Kreatur, so viele, minus 1, minus 1, killt halt den Creeper, und ich mache halt, oder ich war sogar ein Token, ich weiß jetzt gar nicht, killt auf jeden Fall meine Kreatur, mein, mein Animator macht gar nichts, und ich bin einfach an der Stelle schon fast verstorben, dann legt er als nächsten Top Deck nochmal den 4-4er nach, wer halt wieder diesen Effekt hat, und, ja, ich meine, natürlich waren das auch glückliche Top-Dacks von ihm, aber sein Deck war sicher um Welten besser, und ich glaube, wenn wir 10 Partien spielen, gewinne ich vielleicht eine oder zwei, wenn es hochkommt, also es war einfach richtig, dass er gewonnen hat, ja, ärgerlich trotzdem natürlich, weil mit meinem Sieg wäre ich zu, wir haben es uns angeschaut, wahrscheinlich 95% Top 8 gewesen, so bin ich 21. geworden, ich will mich jetzt nicht beschweren, 21. ist noch immer ein solides Ergebnis, ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, ich habe jetzt nicht so viel getestet, ja, ich habe natürlich Standard ein bisschen gespielt, mehr als normal, muss ich gestehen, ich habe eben 4 Drafts gemacht, das mache ich jetzt auch nicht immer, aber ja, es war ein cooles Event, es hat mir viel Spaß gemacht, ich habe Preisbooster noch bekommen, das ist auch okay, und ja, ich bin sehr zufrieden, ich bin auch sehr motiviert gewesen, dann gleich am nächsten Tag wieder zu spielen, habe dann natürlich die Top 8 noch aufgenommen für euch, habe eben bei den Invitational Qualifier gespielt, der war weniger glorreich, da bin ich zu einem 3-3-0 gekommen, aber gut, ich habe Modern auch gar nichts gespielt, ich habe mich nur auf Standard konzentriert, also das passt schon, insofern, ja, werde ich jetzt sicher im nächsten Tag wieder ein bisschen mehr Magic spielen versuchen, oder zumindest das Level ein bisschen zu halten, weil ich merke halt schon, wenn ich mehr spiele oder halt ein bisschen übe, dann, ja, passieren mir einfach weniger Fehler und ich ärgere mich weniger, weil das ist halt das Schlimmste für mich, wenn ich Magic spiele, einen Fehler mache und es dann einen Turn später merke, und dann denke, du bist so blöd, wenn du nicht so schlecht wärst, dann wäre dir das nicht passiert, und das hatte ich eigentlich beim Turnier relativ selten, dass ich das Gefühl hatte, ich bin schlecht und ich habe es verzockt, eben das, wo ich in der dritten Runde, wo ich halt das Versägt nicht caste, in der einen Runde, wo ich halt vielleicht mich verborde, ja, sicher sind Fehler passieren, vor allem, wenn man Matchups spielt, die man nicht kennt, aber in Summe denke ich mal, waren meine Plays im Großen und Ganzen okay, und das ist glaube ich das, was mir persönlich immer am wichtigsten ist, natürlich, wenn ich nur, wenn meine Plays okay waren und ich kriege trotzdem nur noch die Fresse, weil ich halt Pech habe, dann ist es zwar auch bitter, aber ich finde es bitterer, wenn ich es verzocke. Naja, soviel noch von mir, ich hoffe, dieser kurze Vlog hat euch gefallen, auch noch interessiert, vom Standard Deck, noch sei noch gesagt, dass es mich halt sehr gefreut hat, Approach auszuführen, wer sich am Anfang von der Standard Season erinnern kann, wie Approach gespoilt wurde, habe ich noch gesagt, ich möchte unbedingt ein Deck damit bauen, und dann ist es ein Deck geworden, ein Kontrolldeck, und jetzt habe ich dieses Deck zum 21. Platz, für einen Nationals geführt, sehr coole Sache, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Approach ist eine coole Karte, leider rotiert sie raus, aber ansonsten bleibt relativ viel von dem, von der Core UV Deck eigentlich über, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, die Ferie bleibt, das heißt, nach der Rotation wird das sicher ein Tiferie Deck werden, Chromium bleibt, der ist halt wirklich insane, und eigentlich in großem, fast essbar zu spielen, aber ja, schauen wir mal was, was kommt, momentan ist das, noch immer finde ich, mein Deck to go, einfach weil ich am meisten damit Erfahrung habe, gut, das war es von meiner Seite, wie immer könnt ihr Kommentare unter dem Video hinterlassen, wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die gerne, ihr könnt auch gerne Vlog-Ideen, wenn ihr irgendwas mal hören wollt, von mir, oder auch von Christoph, oder vielleicht von Matthias, gerne drunter schreiben, ihr könnt es natürlich auf Facebook und Twitter erreichen, und ihr könnt uns im Spiel am Wiener treffen, bis dahin wünsche ich viel Spaß, schöne Woche, schönen Tag, wie auch immer, und man sieht sich hoffentlich im nächsten Video, oder halt persönlich, bis dahin, ciao,